Hey Leute, willkommen zurück auf Barney's Kitchen zu einem Barney's Kitchen Short, einem kurzen Clip, in dem ich euch mit Tipps, Tricks und Rezepten versorge, die ihr dann gerne auch nachmachen könnt. Und ohne weiteres Gelauber geht's los. Wer sich schon ein bisschen mit Low Carb auseinandergesetzt hat, weiß, dass Getreide im Allgemeinen der Antichrist ist. Was heißt, Brot ist so ziemlich ein No-Go. Deswegen werde ich euch heute eine meiner Meinung nach sehr leckere Alternative zu Brot vorstellen, und zwar das Upsi-Brötchen, auch bekannt als Wolkenbrot, Cloudbread, wie auch immer. Drei Zutaten, zusammenknallen, Ofen rein, lecker schmecker. Und hier die Zutaten. Und jetzt, da wir wissen, was wir brauchen, können wir loslegen. Und jetzt, da wir wissen, was wir brauchen, können wir loslegen. Und jetzt den ganzen Spaß bei 150 Grad, ca. 20 Minuten in den Ofen. So, fertig sind die Upsi-Brötchen. Jetzt nur noch nach eigenem Geschmack belegen und schmecken lassen, würde ich sagen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem dicken Onkel. Schön, dass ihr wieder da wart. Empfehlt mich weiter. Folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram. Ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. I'll be back. Peace. 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 Peace.